So, willkommen zu einer neuen Folge Pokemon Go! Ich habe zwar heute schon was hochgeladen, ein Video von draußen. Ja, ich gehe auch manchmal raus, wer glaubt es? Man glaubt es kaum. Gestern wurde aber im Stream nochmal gefragt, ob ich mal wieder mehr kämpfen kann oder ob ich mal wieder die Go Battle League zocken kann und das möchte ich heute gleich nachholen, denn es ist Donnerstag. Wie gesagt, man könnte das immer so aufteilen. Montag Chill mit Ramse, Dienstag Spotlightstunde, Mittwoch Raidmania, Donnerstag Go Battle League, Freitag Trade Session oder vielleicht auch mal PvP-Stream, irgendwas. Wochenende dann Ruhe, ne? Ich brauche eine Auszeit von euch. Und wir sind jetzt zurück. Beim letzten Mal habe ich ja komplett reingekackt. Ich habe dann ein paar Tipps beherzigt, die in den Kommentaren auch hinterlassen wurden. Habe nochmal eine Attacke bei Toggekiss geändert. Habe jetzt Toggekiss auch als meinen Buddy genommen. Habe den ja sowieso schon als Best Buddy gehabt. Habe den nicht mehr als Leader drin. Habe den jetzt als Close Up. Der ist also ganz hinten. Dafür ist Giratina jetzt als Leader drin. Jedes Mal, wenn Melmetal kam, war ich aufgeschmissen. Dank Benjamin weiß ich ja nun, wenn Melmetal ist, sofort Giratina reinholen. Also, wenn der Gegner jetzt Melmetal am Anfang hat, bin ich schon im Vorteil. Egal was der Gegner sonst hat am Anfang, kann ich mit Giratina trotzdem die Schilde schnell rausloggen. Und wenn dann keiner mehr Schilde hat und alle kämpfen nur noch 1 vs. 1 und am Ende kommt noch ein dickes, fettes Toggekiss, was recht gut was aushält und trotzdem gut was austeilt, ist man damit eigentlich gut aufgestellt. Ich habe das jetzt nicht nach aktuellen Tierlisten gerichtet oder sonst was. Das ist das Team, mit dem ich dann zuletzt gespielt habe. Nachdem ich permanent fast alles verloren habe im Stream, habe ich off-screen, als ich selbst gespielt habe, habe dann plötzlich 5 von 5 gewonnen, 4 von 5 gewonnen, 3 von 5 gewonnen, 5 von 5 gewonnen. Bin jetzt mittlerweile, glaube ich, Rang 7. Ich weiß es nicht genau, es wird nämlich nichts angezeigt. Wenn ich hier zurückgehe, Trainerkampf verlassen, ihr seht, wo steht denn hier, welchen Rang ich gerade habe. Irgendwie steht da nichts, weil da ist einfach nur weiß. Wir sind jetzt aber aktuell bei 52 Siegen von 75 Kämpfen, längste Serie 10, Ende den 11 Tagen, sehr schön. Und wir gehen wieder rein, insgesamt 405.000 Sternenstaub verdient, insgesamt 427 Kämpfe. Das ist wirklich nichts, wenn ich sehe, dass andere Leute da halt 2.000 Kämpfe haben, 4.000 Kämpfe, 10.000 Kämpfe. Wir sind aber mal gespannt, wie es heute ausschaut. Wir gehen rein mit diesem Team, mit dem ich die ganze Zeit gut was gemacht habe. Aber jetzt auf Rang 7 ist es natürlich wieder etwas schwerer. Wir schauen trotzdem mal, wie wir zurechtkommen, was die Gegner so nehmen. Ob wir eine gute Partie hinlegen, ob wir komplett versagen. So, Giratina natürlich fängt an. Giratina gegen Palkia. Er hat sogar a Best Buddy. So, wie sieht das aus? Er ist sehr effektiv gegen mich. Das ist nicht so schön. Ich hätte eigentlich... Ich fange schon wieder falsch an. Ich hätte hier die Geisterattacke. Was hat er denn? Unheilböden noch drin? Ich hätte Unheilböden machen sollen, um eher das Schild rauszulocken. Denn durch seine Effektivität bin ich gleich fort. Er hat trotzdem ein Schild verloren. Ich habe ein Schild verloren. Ich werde jetzt auf die Geisterattacke gehen. Nassschweif, gut. Der wäre ja ganz gut aushaltbar gewesen. Vielleicht schaffe ich es noch auf Spukball? Nein, ich schaffe es natürlich nicht. Nehmen wir jetzt Togglekiss? Wir machen mal mit Palkia weiter. Ach, mit Dialga, natürlich. Jetzt sind wir sehr effektiv. Nehmen unser zweites Schild. Ihr seht schon. Unter allen Kämpfen, die ich die ganze Zeit gemacht habe, war alles wunderbar und alles hat gepasst. Jetzt komme ich einmal hier rein für den Stream und schon ist wieder alles Mist. Aber egal. Ich könnte jetzt auf Togglekiss, aber mache ich nicht. Ich bleibe einfach bei meinem... Nicht sehr effektiv, genau. Ich bleibe einfach bei meinem Dialga. Ich bin gespannt, was er einsetzt. Wie gesagt, er hat immer noch ein Schild. Die zwei geben sich eigentlich immer gleichzeitig was mit. Kann aber sein, dass ich jetzt umfalle und meinen Togglekiss trotzdem noch habe. Für den letzten, aber er hat noch ein Schild. Eisenschädel. Ich habe sogar noch was übrig und schaffe es trotzdem nicht, meinen Eisenschädel noch durchzubringen. Also er ist immer noch im Vorteil, würde ich sagen. Togglekiss kann noch ein bisschen was machen. Togglekiss muss sammeln. Togglekiss muss so alles runterrotzen. Komm, Togglekiss, mach mal was Cooles. Ja. Flammenwurf bringt mir jetzt nichts. Ich habe Antikkraft. Aber er hat noch seine gegnerische Attacke. Ich glaube, das war es für Togglekiss. Das erste Match also komplett fail. Komplett rausgekommen. Surfer. Es ist noch was da. Ich mache trotzdem fix die Attacke, weil ich habe, glaube ich, keine Chance. Normalerweise wartet man ja immer Drei-Sekunden-Regel, oder? Ist die da auch vertretbar? Abgewehrt, natürlich. Er hat ja auch noch was. Angriff steigt. Verteidigung steigt. Das ist aber schön. Jetzt kann uns der nicht mehr so viel Schaden machen. Aber wir sind trotzdem schon down. Jetzt denkt ihr, was labert denn der Ramse? Ich denke, er hat geübt und ist jetzt der Beste. Aber das Match war von vornherein. Ne, das stand unter keinem guten Stern. Wir gucken mal. Das zweite wird bestimmt besser. Mehr als verlieren kann ich ja nicht. Wir haben Toggekiss. Das heißt, ich hole auch einfach meinen Toggekiss. Das ist nämlich mein Geheimrezept. Toggekiss gegen Toggekiss. Da ich ja den Best Buddy habe, müsste ich ihm eigentlich auch mehr Schaden zufügen, als er mir. Er hat natürlich eher angefangen. Ich wäre trotzdem einmal ab. Mach Antikkraft drauf. Dann wächst ja auch mein Angriff und meine Verteidigung bei ihm jetzt auch. Bei mir aber auch. Und vielleicht, wenn er down ist, habe ich noch was übrig für den Nächsten, dass ich das beim Nächsten anwenden kann. Dass ich mehr Angriff und mehr Verteidigung habe. Ich muss gucken, ob ich es schaffe, ihn down zu kriegen, bevor er seinen nächsten Move macht. Sieht schwer aus. Ich glaube, ich fall schon wieder, bevor er umfällt, oder? Es fallen beide gleichzeitig. Gute Sache. Aber er hat noch ein Schild. Das heißt, ich gehe wieder auf meinen Giratina zurück. So, er hat schon wieder Drache. Wir nehmen mal Spukball. Das zieht ja gar nichts bei ihm ab. Vielleicht haben wir wenigstens das Schild aber jetzt rausgelockt. Zack. Er wehrt natürlich ab. Kein Problem. Er rotzt uns der Weile weg. Er lädt schön seine Energie auf. Ich habe noch ein Schild. Ich komme rein. Sehr effektiv. Soll ich das Schild jetzt machen? Ich nehme natürlich jetzt das Schild. Und versuche ihn mit den restlichen Quick Moves down zu kriegen. Dass ich meine Charge Moves mitnehme. Er hat Kampf. Wir probieren es mal über Eisenschädel. Ich habe, glaube ich, noch nie gegen einen Meistergriff gekämpft. So, jetzt muss ich hinmachen. Es hat geklappt. Es war zwar... Es war... Ach, scheiße. Er hat doch noch das C-Krom. Schade. Er hat doch noch das C-Krom, meine ich. Jedes Mal, wenn ich Werbeeignung nehme, steht dort in den letzten Videos, wegen vulgärer Sprache, wurden falsch eingestuft. Und dann fliege ich immer raus. Deswegen muss ich immer aufpassen, was ich sage. Also, eins gewonnen, eins verloren. Das zweite Match hat schon viel mehr Spaß gemacht als das erste. Light Red Ice gegen Ivor Scharf. Habt ihr mein freshes Hemd gesehen, was ich anhabe? Giratina natürlich wieder als erstes. Das bringt mir eigentlich wieder nichts. Aber ich lasse es trotzdem mal fix drin, auch wenn ihr natürlich mehr Schaden macht. Hier komm mal mit Spukball rein. Mal gucken, was der Benni reinschreibt. Was ich gegen Dialga am besten einsetze. Dialga gegen Dialga. Ja, wer ruhig ab. Ne, ist mir doch egal. Einen zweiten Spukball kriege ich bestimmt auch noch hin. Mhm. Und dann hat er jetzt schon seine zwei Schilder weg. Was hat er denn gemacht? Dann hat das ja trotzdem geklappt, dass man das, äh... Das Giratina zum Schilder rauslocken nimmt. Er hat dafür auch natürlich Energie gebungert. Wir probieren es mit. Ich will mir das Toggekiss aufheben. Komm du mal rein. Mach mal so. Er wechselt. Er wechselt auf Heatran. Weil Heatran hat ja natürlich auch eine... Ist natürlich Feuer. Feuer gegen Stahl. Das knallt natürlich rein. Eisenschädel zieht nicht viel ab. Ich gehe jetzt trotzdem vorsichtshalber mal auf das Toggekiss. Mach du ruhig eine Attacke. Ich habe noch zwei Schilder, denn das Dialga gegen Dialga ging ja trotzdem recht gut. Steinkante. Ist sehr effektiv. Digga, komm. Mach Antikkraft. Lass den keine Steinkante durchbringen. Los, werd groß und stark. Wir müssen es trotzdem abwehren. Wir müssen das zweite auch abwehren. Jetzt sind... So schnell sind unsere Schilder weg. Eben haben wir noch zwei gehabt. Jetzt haben wir gar nichts mehr. Ist aber nicht schlimm. Nochmal kurz so. Ach, ich habe doch jetzt nicht mehr drauf gedrückt. Jetzt wollte ich doch extra warten. Und noch ein paar Sekunden dazu zählen. Wir werden stärker, kräftiger, mächtiger. Reicht es aber, ihn down zu kriegen. Bevor er nochmal seinen Move macht. Sonst haben wir nämlich die Arschkarte. Ich glaube, das wird nichts. Das dauert zu lange. Das dauert zu lange. Das ohne. Das dauert zu lange. Aber er hat noch ganz wenige Energie. Wir kommen sowieso wieder mit dem Dialga rein. Das könnte noch werden. Das könnte werden. Das könnte werden. Das könnte werden. Los, hau einmal drauf. Du bist weg. Und wie viel haben wir übrig? Hoffentlich hat er keinen Move gespeichert. Ah, Eisenschädel. Macht ihr eigentlich immer Striche bei Eisen? Oder macht ihr auch so Kreise wie ich? Ah, er hat immer noch übrig. Da kommt was zurück. Ich glaube, ich habe schon wieder verloren. Spukball. Zack. Das war es. Was ist denn los? Ich hätte die Kämpfe von der 5 zu 7 aufnehmen sollen. Die waren einfach richtig heftig. Und jetzt einfach nur noch so. Das ist doch gemein. Stellt euch mal vor, ich bin in der 10. Und ich verliere alles. Ne, stellt euch das nicht vor. E-Sport. Das kam letztens auch wieder nach dem Wrestling. Schon wieder Dialga. Junge, alle haben Dialga am Anfang. Ich habe keine Taktik am Anfang. Und das passt sehr gut zusammen. Lass doch wenigstens mal so einen Spukball durch. Trau dich doch mal was. Im Endeffekt ist es der gleiche wie eben, oder? Hey, er lässt es sogar durch. Und ich bin nicht auf einfach Fabelhaft. Ich dachte, das lohnt sich eh nicht. Na gut. Er hat sein Schild aufgehoben. Eisenschädel. Neh mal mit. Ich wechsle jetzt mal ganz kurz und hole hier mein Dialga rein, um den Rest zu machen. Das andere müsste Energie noch geladen haben. Das Giratina. Bin mal gespannt, was er jetzt rein holt. Jetzt bräuchte ich eigentlich meinen Giratina wieder. Ich kann aber gerade natürlich nicht mehr wechseln. Wir versuchen also Zeit zu schinden. Lass mal das durchgehen. Wir lassen es mal durchgehen. Hat er Kraftkoloss? Kann er sowas? Steinhagel? Ja, das ist okay. Kann er ruhig machen. Wir machen hier ein bisschen... Füllen hier ein bisschen auf. Ja. Wir lassen es nochmal durchgehen. Ich hoffe, der macht nochmal Steinhagel. Und können dann auf das Giratina zurück wechseln. Jetzt... Ja, alles klar. Jetzt hat er natürlich Kraftkoloss. Weil er mir gezeigt hat. Aber alles sinkt. Jetzt wechselt er auch noch. Und jetzt holt er Relaxo rein. Und jetzt habe ich auf den falschen Move gedrückt. Er wäre doch eh bestimmt ab, oder? Ne, er wäre nicht ab. Aber ich bin tot. Ist das eine Mistmade. Ich habe aber noch ein Schild. Er hat noch zwei Schilder. Ich frage mich, was macht er? Was führt er im Schilde? Ist Relaxo so heftig? Ich weiß es nicht. Ich lasse es einmal durch. Rambos. Sehr effektiv. Okay. Mach das ruhig. Ich würde jetzt natürlich gerne die Attacke raushauen. Damit mein Angriff stärker wird. Und damit meine Verteidigung stärker wird. Aber vielleicht hätte ich es doch mit einem Quick Move runter machen sollen. Aber er hat ja immer noch seine zwei Schilder. Deswegen. Ach, Junge, Junge, Junge. Was machst du? Was machst du? Nicht sehr effektiv. Sehr effektiv. Gegnerische Attacke. Ein Schild. Ist noch da. Steinhagel. Okay. Rot. Es bringt mir auch... Ja. Alles klar. Er greift zweimal an und hat seine Attacke voll. Diese dreckige Cheater. Ich habe es doch gewusst. Das ist bestimmt Taktik. Der hat bestimmt vorher da irgendwas gemacht. Und dann passt das. Das war der Vierte, oder? War das schon der Vierte jetzt? Ey. Das... Nicht bringen, Ramses. Löscht das Video am besten jetzt schon. Und laden gar nichts hoch. Bernd 745. Man könnte denken, vielleicht bin ich ja immer noch im Rang 1. Man sieht ja den Rang nicht. Oh. Kyogre. Keine Ahnung. Oh. Togglekiss. Keine Ahnung. Ich glaube, da würde ich auch wieder meinen Togglekiss reinholen. Um Togglekiss gegen Togglekiss. Vor allem, er hat ja eh gewechselt. Der kann also jetzt eh nichts anderes machen. Ich habe den durchgebracht. Den kann ich runterziehen. Komm, bitte. Brauch, 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 brauch. Weg. So. Was willst du tun? Hier, Magnetzone. Komm, Flammenwurf. Er währt bestimmt ab. Aber wenn nicht, dann kriegt er ordentlich einen eingeheizt. Gegnerische Attacke. Brauche ich das Togglekiss noch? Ich weiß es nicht. Mach es halt mal weg. Dieses komische Togglekiss. Verteidigung sinkt. Wir holen mal den wieder rein. Weil der greift ja schnell an. Macht kaum Schaden. Vielleicht kriegt man den Spuk mal durch. Wir haben zwei Schilder. Er hat auch, ich weiß es gar nicht, hat er auch noch zwei. Dann hat er bestimmt gleich nur noch eins. Stromstoß hätten wir auch durchgehen lassen können. Gut, seine Verteidigung sinkt. Ich glaube, ich versuche den wirklich einfach so wegzuhauen. Macht er denselben nochmal? Komm, wir lassen es mal durch. Setzen alles auf eine Karte. Zack. Und ich habe mein Schild noch. Und er hat noch eins. Und er ist weg. Und ich habe noch schön die Moves aufgespart. Und wir haben jetzt ein Kyogre. Wir müssen aber mal draufhauen. Du musst auch schon hier die Bälle treffen, Ramses. Jetzt muss ich nochmal. Nein! Ach so, ich habe auch noch ein Schild. Sehr schön. Ich habe schon gedrückt. Jetzt weiß ich wieder, nachdem das Schild hier weg ist und der Server durchging, dass meiner sowieso direkt seinen Move macht. Ne, macht er gar nicht. Gut. Dann aber jetzt auf jeden Fall. Was willst du mit Geist? Mit Spukball gegen einen Kyogre? Hm. Ich weiß nicht. Wir gucken es uns mal an. Vielleicht Schaden machen. So wie es aussieht. Wir sind weg. Wir haben nichts. Er hat nichts. Wir haben noch ein volles Dialga. Das steckt doch gut was weg, oder? Server. Quatsch. Wir hauen drauf, Bruder. So sieht das gut aus. Schöner gelber Pullover übrigens vom Gegenspieler. Aber ich musste meinen Hemd aufmachen, um zu zeigen, dass ich es ernst meine. So, 273 auf der Medaille. Und ihr seht, das war schlecht. Zwei Kämpfe nur gewonnen. Aber einen Sinustein. Wir haben schon Rang 8 erreicht. Jetzt sehen wir es wenigstens. Rang 7 zu Rang 8. 2.400. Aber es gab nicht mal was cooles zu gewinnen. Das heißt, wir machen einfach direkt weiter mit demselben dreckigen Team. Und kämpfen weiter bis zum Umfallen. Bis Rang 9. Renn 1 an 2. Ten 3. Renaten. Ne, keine Ahnung. Mal gucken. Fünf Sets oder so sind das bestimmt dann. Ach, drei Sets meine ich. Drei Sets zu je fünf Kämpfen. Schwache Verbindung. Spuk Ball. Das ist sehr schön. Da haben wir den Vorteil. Solche Matches liebe ich ja. So, was macht er? Nichts. Krass. Wir machen aber was. Obwohl ich jetzt ja mal durchgehen lassen können. Vielleicht hätte ich auch ganz wenig Energie. Und hätte ihn danach trotzdem... Unheilböe. Das hätte ich ja wirklich durchgehen lassen können. Das war wieder taktisch unklug. Ich war doch im Vorteil. Er hätte gar nicht mehr Schaden machen können als ich. So, wir machen nochmal den hier. Jetzt würde ich, glaube ich, was total sinnlos ist, ein Dialga gegen das Dialga stellen. Dass sie sich gegenseitig hier wieder so ein LKW-Rennen liefern. Er kommt natürlich eher. Ich lasse es trotzdem mal durch. Ich habe ja nur noch ein Schild. Donner. Gut. Ist okay. Wir machen natürlich hier Stahl. Weil es eher fertig ist. Da steckt jetzt nichts dahinter. Einfach nur ist es halt eher fertig. Und deswegen nehmen wir Stahl. So. Wir können jetzt nochmal versuchen, das Giratina reinzuholen. Aus welchem Grund auch immer. Lassen das aber jetzt down. Gehen. Wir brauchen das Schild noch. Versuchen den Rest mit Toggle Kiss. Los, Toggle Kiss. Vielleicht schaffst du ja sogar eine Attacke. Er ist auf jeden Fall weg. Ich habe noch ein Schild. Meine Attacke müsste auch gleich voll sein. Jetzt kommt es darauf an, was er hat. Er hat Graudon. Ah. Ich habe ja noch ein Schild. Und ich habe mein... Warum hat er denn jetzt seine voll? Vielleicht hätte ich die erste durchgehen lassen sollen. Wenn die nicht so krass ist. Und die zweite lieber abwehren. Hm. Weil wenn ihr noch volle Energie habt. Und die erste haut rein. Überlebt ihr es ja vielleicht. Und müsst nur die zweite abwehren. Das wäre doch eigentlich sinnvoller. Und das ist komplett Schwachsinn gewesen. Wie man sieht. Aber ich mache jetzt gut Schaden. Ich muss nur seinen Feuerschlag überleben. Wenn er noch einen macht. Und auf einmal kommt er mit Erdbeben. Dann wäre es wirklich so gewesen. Hätte ich vorhin... Erdbeben. Aber nicht sehr effektiv. Da wird man immer wieder überrascht. Wenn man sich nicht auskennt. Das macht so viel Spaß an der GWL. Wenn ihr keine Ahnung habt. Ihr geht da rein. Das ist wie bei dem Film. 50 erste Dates. Immer wieder schön. Wenn man da hinkommt. Und denkt. Man lernt jemand Neues kennen. Und dabei ist es. Die alte. Die man jeden Tag sieht. Das klingt schon wieder so böse. Aber ihr seht Rang 8. Kann mich keiner schlagen. Bisher alles gewonnen auf Rang 8. Wer jetzt erst einschaltet. Das war der erste Kampf auf Rang 8. Also nicht wundern. Wer jetzt erst einschaltet. Das ist ja kein Livestream. Wer jetzt einschaltet. Sieht das Video von Anfang an. Und sieht alles. Wurstam Dula. Würde ich nicht die Namen vorlesen. Könnte ich vielleicht auch einen Schluck trinken. Ich habe Vorteil. Ich habe Vorteil. Weil. Äh. Melmetal. Und. Äh. Metagross. Ist ja beides Stahl. Irgendwo. Vielleicht auch Psycho. Irgendwo. Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall Vorurteile. Warum auch immer. Interessiert mich auch nicht. Hauptsache ich habe Vorurteile. Was machen wir? Lassen wir durch? Der greift bestimmt gleich an. Ich weiß nicht was er macht. Wir lassen es mal durch. Ich vertraue komplett drauf. Jetzt hier Donner. Buh. Sternhieb. Buh. Tot. Passt aber noch. Wir kriegen doch noch einen Spukball durch. Oder? Kann Metagross überhaupt Donner? Weiß es nicht. So. Wer professionelle GBL Videos sehen will. Der muss zum Schilling gehen. Ich bin hier nur da. Äh. Um euch zu bespaßen. Wie man es nicht machen sollte. Gegnerische Attacke. Komm wir haben volle Energie. Lassen wir auch mal durch. Und äh. Machen den Rest von ihm noch weg. Müsste ja gut klappen jetzt. So. Und das sieht gut aus. Ich habe eins verloren. Er hat eins verloren. Aber ich habe noch zwei Schilder. Ich kann jetzt hier vorlegen. Okay. Er bringt Bruno den Bären rein. Einfach mal einen Eisenschädel. Vielleicht noch einen hinterher. Vielleicht schaffen wir den. Oder? Es wird knapp. Ich glaube die Energie ist down. Bevor er. Ja. Aber egal. Müssen wir den Rest mit Toggekiss machen. Das ist natürlich jetzt sehr cool. Wenn ihr ein volles Toggekiss habt. Und habt noch zwei Schilder übrig. Theoretisch ist egal was er bringt. Ich bin so gut aufgestellt. Jetzt im Endeffekt kommt der komplette Vernichter am Ende. Ja. Mal gucken. Solange es kein Kampf. Nee. Kampf ist ja gut. Bring ein Kampf Pokémon rein. Ach Mann. Wieso hat er denn jetzt Kyogre? Kyogre ist eigentlich auch gut. Gegen mich. Das hält auch einiges aus. Das teilt auch was aus. Aber mal gucken. Antikkraft einmal drauf. Einmal abwehren können wir ja noch. Wir müssen noch einmal die Attacke voll machen. Ich hoffe die Attacke ist voll. Bevor wir tot sind. Abwehren. Ja. Mach mal gerne. Vielleicht ist er auch tot. Bevor ich tot bin. Weil die Attacke die dauert. Die dauert. Und überdauert alles. Nochmal Surfer hinterher. Schnell. 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 Zweimal. Einmal. Digga. So viel mit einmal abgezogen. Hast du nicht gesehen. So müssen wir es machen. So muss es laufen. Rang 8. Zweites Match. Zweiter Sieg. Ich glaube das bedeutet wir haben eine Trinkpause. Er steht nämlich gerade nur da und macht nichts. So. Jetzt drücke ich mal auf zurück. Und plötzlich komme ich auch zurück. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Also gehe ich wieder rein. Sherry. 4869. Ei. Sherry. Ei. Das Kirschauge. Oh. Wir sind im Vorteil. Hat ein weiser Mann gesagt. Der wechselt bestimmt. Oder? Wechselt er? Jetzt liebe ich die Matches. Wenn alle nur noch diesen Klumpen vorne reinpacken. Lass uns trotzdem mal durchgehen. Wir trauen uns ja was. Steinhagel. Batsch. Spukball. Ich zeige dir. Wo der Forssch die Locken hat. Wenn ich weiß was ein Forssch ist. Das ist ein Frosch. Wenn man es dämlich ausspricht. Ähm. Okay. Er wechselt nicht. Eigentlich ist das ungewöhnlich. Meistens wechseln die sofort. Aber vielleicht sind die ja wie ich. Das heißt wir lassen es nochmal durchgehen. Kraftkulose. Steinhagel. Okay. Finde ich ganz in Ordnung so. Ne. Sage ich mal. Dann machen wir jetzt mal hier. Ähm. Wechsle ich jetzt auch wieder aufs. Aufs Dialga. Ist eigentlich sinnlos. Oder? Wir machen es aber trotzdem. Was macht er denn? Er lässt halt einfach komplett immerzu alles durchgehen. Schnell. Geh weg. Den lasse ich jetzt aber auch durch. Ich brauche Schilder. Er braucht Schilder. Donner. Pff. Braucht man nicht. Zack. Attacke ist gleich wieder voll. Also mein Move. Wir können auswählen. Und wir haben. He he. Dann soll er mich halt umbringen. Dann komme ich halt dann mit dem Giratina zurück. Das Giratina wird den Rest bestimmt noch erledigen. Wie. Was war das denn? Gegnerische Attacke. Ja wir werden mal. Einmal werden wir ab. Aber er hat ja auch abgewährt. Wenn er zuerst abwehrt. Dann haben wir ja immer noch mal einen in Reserve. Das ist also okay. Los. 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 Das sieht gut aus. Ja ist egal. Komm lass durch. Mach halt. Oh wir leben noch. Und er ist weg. Wunderbar. Egal was er hat. Schnell. Move machen. Eisenschädel. Auf irgendwas. Was kommt. Ein Kyokre. Boom. Boom. Abgewährt. Aber kein Problem. Wir haben ja noch was übrig. Soll ich jetzt das Giratina reinholen? Das fällt doch gleich um. Ah. Hätte ja sein können. Er schafft seinen Move noch. Gut. Dann aber jetzt Toggekiss. Ich hätte Toggekiss holen müssen. Kurz angreifen. Und dann wechseln. Dass er seine Attacke auf das andere macht. Vielleicht wäre das noch schlau gewesen. Aber wir haben ja noch ein Schild. Und er dürfte jetzt keine mehr haben. Und dann ist meine Attacke gleich voll. Und dann mache ich eh übelst den Schaden. Und dann müsste das eigentlich hinhauen. Dass ich ihm noch was mitgebe. So. Wir haben auch kurz es noch hinausgezögert. Das müsste eigentlich der dritte Sieg sein. Zack. Stark. Sinkt, sinkt, sinkt. Steigt, steigt, steigt. In diesem Fall. Gut. Habe ich es wieder mal gerettet. Drei Kämpfe. Auf Rang 8. Ist das die neue Fünfer-Siegeserie? Wir sind gespannt. Zwei Stück stehen ja noch aus. Muss schon wieder trinken. Takemi. 1999. Kennt ihr auch noch Takemis Kase? Was früher immer im Fernsehen kam. Aber das heißt doch Takeshi. Ja. Und Vorteil. Riecht ihr den Vorteil? Der wechselt doch bestimmt gleich, oder? Nö, aber er greift an. Egal. Lass mal durch. Er könnte doch aber eigentlich mit Donner angreifen. Aber er haut halt immer zuerst seinen Steinhagel raus. So, haben wir noch ein bisschen was mitgenommen? Spuckball. Bruder. Ja, mach ruhig, mach ruhig. Mach ruhig. Trau dich. Er ist aber auch schlau. Er lässt es halt auch durchgehen. Genau wie ich. Ich glaube, das wird dasselbe Match jetzt einfach nochmal. Es ist halt wirklich genau das gleiche wie eben bis jetzt. Das heißt, ich komm an hier auf mein Dialga. Das muss so sein. Das muss so sein. Lass mal einmal durch. Eisenschädel, ja. Mach ruhig. Aufladen. Weiter. Wir machen unseren auch. Das war aber jetzt knapp. Jetzt hat er doch seinen fast schon wieder gemacht. Nimmt er sein Schild? Lässt er es auch durch? Er nimmt sein Schild. Er hat seine Schilde weg. Das ist schade. Ich glaube, ich brauche jetzt nichts mehr abwehren, weil ich eh nicht mehr zu meiner Attacke komme. Aber vielleicht kann der Günder hier noch was machen. Boah, der Günder kriegt es richtig hart ab, oder? Lass mal auch durch. Wir haben zwei Schilde noch bei Togekiss. Das Togekiss muss halt nur so lange überleben, bis zweimal die Attacke voll war, dass der hier die alle mitnimmt. Also, einmal den. Wenn jetzt Steinhagel kommen, dann wäre das natürlich mies. Aber wir werden es ja ab. Okay. Er wechselt wieder. Er wechselt aufs Giratina. Aber wir sind eh schon effektiv. Bringt aber nichts. Wir müssen trotzdem uns stärken. Wir müssen die Verteidigung hochschrauben und den Angriff stärken. Also, hau, hau, hau. Das Zweite. Die müssen groß und mächtig sein. Aber vielleicht schaffe ich es aufzuladen, den so wegzuhauen und den Move dann noch beim Melmetal zu machen. Oder er hat nur gewechselt, weil er auch seinen Move voll hat. Ich weiß es nicht. Nein. Das war knapp. Aber wir haben nochmal den Move rausgeholt. Ihr habt es gesehen. Und das. Da kann er nichts machen, oder? Das war es doch. Er ist weg. Er ist fort. Er ist... So läuft der Hase. Ab geht der Fisch. Na, hat er gesagt. Dieser dreckige BSI. Ähm, ja, vier von fünf. Was will man mehr? Fünf? Schaffen wir die fünf? Das heißt, ich muss nochmal einen Schluck aus meiner Glücksflasche nehmen. Not so in Gaia. Ja. Okay. Mal gucken, ob du deinem Namen alle Ehre machst. Schöne braune Beine. Ach, nö. Wenn so ein Dialga vorne drin ist, das finde ich immer richtig mies, ne? Dann nehmen wir jetzt auch unser Dialga und machen so Moves. Und er macht natürlich wieder zuerst. Wir lassen es mal durch. Dann machen wir auch mal. Das ist doch das Beste. Warum greift er denn jetzt mit Dragomedior an? Das war eine Falle. Okay, dafür nehme ich jetzt auch mal meine Drachenattacke. Damit rechnet er nämlich nicht. Oder er denkt, na, der hat auch Dragomedior. Oh, guck, er hat mich kaputt gemacht. Ja, das habe ich. Das stimmt. Jetzt kann ich natürlich nicht wechseln. Vielleicht kriege ich einen Spukwahl durch. Komm, einen Spukwahl. Puh. Aber wenn ich jetzt meinen Togekiss reinhole. Pass auf, was dir blüht. Im Endeffekt hat er noch einen. Vor allem, wir sind alle schon tot bei mir. Bis aufs Togekiss. Hallo, Bruder. Der macht natürlich jetzt auch viel Schaden. Ja, komm, wer ab. Was will ich auch sonst machen? Ich muss abwehren. Ich glaube, 5-5 wird nix. Antik-Kraft. Boah. Den hätte ich sicherlich so gekriegt. Aber ich will trotzdem mal zur Sicherheit. Ich weiß ja nicht. Ich stecke nicht drin im Menschen. Ihr wisst Bescheid. Giratina. Bis der Move voll ist. Und er attackt auch wieder. Weil wir schilden. Wir holen unseren Move noch hinterher. Wo wir jetzt wieder stärker werden. Vielleicht sollte ich jetzt drauf hoffen, ihn down zu... Komm, das ist mir jetzt so unsicher. Ich muss es ja auch schon wieder machen. Ich muss kurz bevor er tot ist noch meinen Move machen. Den hätte ich ruhig mitnehmen können zum nächsten, aber... Das hat mir jetzt zu lange gedauert. Und er wehrt auch noch ab. Und er macht noch ein Tugel. Und ich habe noch rückwärts Saldo gemacht. Gut, das war's. Ich habe keine Schilde mehr. Kurz vorm Sterben. Hau dir noch einen Spukball raus. Alter. Ja. Das ist Taktik. Das hat er gut gemacht. Dafür klatsche ich auch mal. Na gut, ich stehe nur dumm da und mache nix. Egal. Also gehen wir zurück. Haben trotzdem. Hier. Da. Wir haben hier. Und wir haben ein Pokémon. Auf Rang 8. Ein Geronimatz. Mit 806. Nehmen das natürlich mit. Jetzt habe ich wieder ein Geronimatz. Falls jemand einen Lucky Trade durchführen will, muss und ein Geronimatz dafür braucht. Dem Gabriel Saphir habe ich noch einen Tropius versprochen. Muss ich mal gucken, wie ich da rankomme. Das ist auch noch schlecht. Das ist sehr schön. So will man das haben. Wir nehmen das mal mit. 4 von 5. Guckt doch mal, wie das wächst, oder? Kurz vor Rang 9. Wie gesagt, ich war noch nie auf Rang 9. Wir sind jetzt bei 36 Minuten. Das heißt, eine Fünferladung machen wir noch. Dann haben wir drei Sets gespielt. Das müsste dann reichen. Geronimatz ist dabei. Wir müssen ja nicht eine Stunde voll machen. Wie war der Name? Hiro Bon. Na, keine Ahnung. Habe ich auch. Oh, Groudon. Ich... Groudon? 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 Er wechselt. Er wechselt. Komm, mach mal kurz Spukball. Dann wechsle ich auch. Halt immer mit dem gleichen Pokémon gegen das gleiche Pokémon antreten. Das ist Taktik, oder? Können da machen. Nix. Und meins ist höher. Er hat 4.015. Ich habe 4.029. Wenn er jetzt mit Dragomedeon kommt. Ne, 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 ne. Da wäre ich lieber ab. Eisenschädel. Ja gut. Wie man es macht, macht man es falsch. Ihr kennt das, ja? Machen trotzdem jetzt auch mal Eisenschädel. Denn falls er jetzt nochmal was macht. Ich will nicht schon wieder ein Schild raushauen. Vielleicht wäre das nicht ab. Vielleicht wäre das ab. Ist sein Schild weg. Sein Schild ist nicht weg. Aber er ist down. Und er war sogar Best Buddy. Ich glaube, ich bin hier mal voll in der Materie drin. Genau wie bei der Raid Mania. Und jetzt fühlt er sich wieder stark, ja? Mit seinem Groudon. Das heißt, ich muss das Giratina wieder reinholen. Von dem hat er irgendwie Schiss. Das heißt, wir lassen das durch und holen das Giratina wieder rein. Mach doch. Feuer. Beim Giratina hat er ausgewechselt. Und ich weiß nicht warum. Und er macht eine Attacke. Feuer. Hier. Da. Ach, ich weiß es nicht. Ich wehre es einfach mal ab. Erdbeben. Hm. Spukball. Er hat auch noch einen. Er kann also auch noch einmal abwehren. Vielleicht wäre er jetzt ab. Das Groudon ist ja eigentlich cool. Damit will man ja weitermachen. Ne, er wehrt nicht ab. Er hebt es auf fürs Letzte. Was ist das Letzte? Wir haben noch das Tocke-Kiss. Er hat noch ein Schild. Es ist ein Mewtwo. Ach, Mann. Jetzt hätte ich fast den Spukball noch hingekriegt. Ich glaube, mein Tocke-Kiss ist schutzlos ausgeliefert gegen das Mewtwo. Guck mal, Mewtwo, was ich da mitgebracht habe. Falle um. Ich mache dich kaputt. Ja, so siehst du schon aus. Das ist auch Base-Buddy bei ihm hinten. Einmal Psycho. Boom. Wir haben noch was übrig. Aber er hat noch ein Schild. Los. Nein. Warum ist es so knapp? Ja. Es hätte funktioniert. Selbst wenn er das abgewehrt hätte und ich noch einmal angegriffen hätte. Hätte, hätte. Hat er nicht. Gut. Jetzt hat er geklatscht wenigstens. Also Props sind da. Auf jeden Fall für den unbekannten Gegner. Schluck aus der Zauberflasche. 16.07.88. Ja, ist so mein Geburtsdatum. Na gut, da steht 16.07.83. Aber man kann ja mal ein bisschen fantasieren, träumen, wie auch immer. Komm, er wechselt, ich wechsel auch. Das Spiel machen wir jetzt immer mit. Immer wenn die Alga kommt, machen wir das so. 4053. Er hat bestimmt einen Hunderter, oder? Hat er Drago-Meteor. Ich weiß es nicht. Ich lasse es mal Eisenschädel. Zum Glück habe ich nicht gedrückt. Wir haben es durchgehen lassen. Er hatte nur Eisenschädel. Und wir haben auch Eisenschädel. Und jetzt denkt er, wir haben Drago-Meteor. Und jetzt wäre er ab. Wenn er nicht abwehrt, ist das auch cool. Wär bitte nicht ab. Er wärt ab. Aber egal. Lass mal durchgehen. Der kann ruhig weg. Hm. Jetzt schon das Toggle-Kiss rein? Digga, greif doch nicht mein Toggle-Kiss an. Das ist doch süß. Das muss man streicheln und nicht angreifen. So. Du gehst weg. Hol mal deinen Mewtwo zurück. Ich will mir das jetzt mal angucken. Aus der Nähe. So. Wir hatten eben den Kampf am Ende. Den habe ich dann verloren. Wir gucken mal, wie der Kampf so verläuft. Wenn das kein Base-Buddy ist. Und einfach nur so ein Mewtwo. Ich mache nämlich gut Schaden. Und mit Antikkraft mache ich noch mehr Schaden. Jetzt hat es wieder ewig gedauert, bis das gezählt hat. Ich habe permanent auf Antikkraft gedrückt. Und es war schon voll. Und es ging halt einfach nicht. Okay. So kann man es natürlich auch machen. Tod. Mein schönes Toggle-Kiss. Nein, es lebt. Hä? Hatte ich nicht eben sowieso nur die Hälfte Energie? Und es hat so viel abgezogen. Und ich bin bei einem Viertel. Vielleicht habe ich auch einen Knick in der Optik. Das kann auch sein. Jetzt sind wir hier auch nochmal sehr effektiv. Und wir können nochmal unseren Move machen. Aber wir haben ja glaube ich auch noch unser Giratina. Was fast voll ist. Sieht also gut aus. Gute Runde. Zack. Ja, mach ruhig. Mach ruhig. Mach ruhig. Mach das. Das ist vollkommen okay. Tob dich aus. Spukball nehme ich gerne mit. Denn ich komme zurück. Komm, ich gebe dir auch nochmal ein. Du hast zwar gar keine Energie mehr. Aber. Wer anderen einen Spukball. schwebt. Der. Ja. Kann gut schlafen. So wie der Gegner jetzt. Einen verloren. Einen gewonnen. Das heißt, die nächsten drei gewinne ich auch. Dann sind wir wieder bei 4 von 5. Dann sieht es aus wie davor. Ich weiß nicht. Ich mag die Meisterliga. Ich glaube die Meisterliga spiele ich einfach am liebsten. Wenn ihr so weit irgendwo seid. Haben die Gegner ja meistens trotzdem auch die gleichen Pokémon wie ihr. Aber. Ich finde das macht halt trotzdem Spaß. Dieses Kräftemessen an diesen großen Viechern. Weil die sehen alle brutal und mächtig aus. Wenn ich sehe in den anderen. Oh der kämpft mit Tengulist. Und dann verlierst du. Dann bist du schon so getriggert. Weil Tengulist so hässlich ist. Und du dagegen verloren hast. Und das. Weiß ich nicht. Das ist halt nicht schön. Das macht halt keinen Spaß. Psycho. Lassen Sie mal durch. Psycho. Ja. Okay. War aber kein Spukball. Das ist sehr schön. Wird wieder gewechselt. Okay. 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 Aber wir holen natürlich auch wieder unser Dialga rein. Weil. Das ist doch alles Taktik. So. Komm her. Er hat ziemlich lang gebraucht. Wenn er jetzt natürlich. Komm. Ich nehme auch mal ein Schild. Aber er hat trotzdem nur Eisenschädel. Ich hatte die Befürchtung. Dass er vielleicht doch Dragometeor einsetzt. Die Profis wissen natürlich. Die zählen die Sekunden. Und wissen genau. Welche Attacke dann kommt. Ich nicht. Jetzt habe ich auch nur noch ein Schild. Er auch. Aber vielleicht schaffe ich es jetzt. Den weg. Bevor er nochmal was macht. Ja. Und das heißt. Er holt zurück. Seine Meftu. Meftu. Kriegt auch nochmal ein paar Schrauben um den Kopf. Schussschild. Und er zeigt mir sein letztes Pokémon. Und gegen das sind wir auch sehr effektiv. So was ist jetzt sinnvoll. Wenn wir jetzt schon Togekiss nehmen. Genau. Wir sind sehr effektiv. Gegen Mewtwo machen wir auch gut was. Für ein Schild haben wir noch. Können nochmal eine Attacke voll machen. Und hinten hängt das Giratina da noch drin. Weil wenn wir das Giratina reinholen. Er ist so umhaut. Dann sammelt er wieder sinnlos Energie. Das wollen wir ja nicht. Noch einmal. Noch einmal. Komm. Hauptschule. Aber wir haben es noch. Gut. Jetzt. Komm. Direktattacke. Komm. Komm. Nicht du. Ich. Direktattacke. Zack. Das hat ja sehr gut funktioniert. Ja mach doch nochmal. Komm. Wir haben ja eh nichts zu tun. Oh. Oh. Wie geht das denn? Warum überlebt der das? Hm? So ein Fötzelchen übrig gewesen. Gut. Verloren. Gewonnen. Verloren. Zwei. Ich muss noch zwei gewinnen. Ich will doch noch eine Pokémon Belohnung. Der Geronimatz kann doch nicht das einzige sein. Was es hier in der Sendung zu holen gibt. C. 9.6. 9.6. 9.6. 9.6. 9. Da fehlt doch eine 6 hinten dran. Oder? Sonst ergibt das auch keinen Sinn. Hol mal wieder mehr Metall rein oder sowas. Ah. Die gierige Tina gegeneinander. Das ist auch schön. Und ich bin besser. Sage ich einfach mal so wie es ist. Und er greift eher an. Dann hat er bestimmt Unheilböen. Dann lass ich es mal durch. Wenn er jetzt mit Spukwalt angreift. Unheilböen. Seht ihr? Dann ist. Dann könnt ihr schon. Das weiß man dann. Okay. Ich müsste auch mal die Geister hier abchecken. Und dann mal drauf. Oh. Er wehrt natürlich ab. Ja. Hat ja auch sonst nichts zu tun. Dann kann ich ja jetzt auch mal abwehren. Pussy. Komm wir ab. Mit deinem Unheilböen. Oh. Oh. Guck mal. Das ist voll unheimlich. Oder? Ach so. Durch Unheilböen. steigt auch der Angriff. Und die Verteidigung. Oder was? Warum hab ich das weggemacht? Auf Rad hab ich das weggemacht. Und jetzt steh ich da. Muss den Mist ausbaden. Das machen wir jetzt. Wir holen schon mal das Toggekiss rein. Ich glaub das ist immer der Fehler den ich mach. Dass ich das Toggekiss reinhole. Alles klar. Er hat natürlich noch einen Bräuler am Start. Vielleicht können wir den mit Flammenwurf überraschen. Wenn wir überhaupt dazu kommen. Unseren Flammenwurf zu machen. Steinhagel. Komm Bruder beruhig dich. Du denkst wir haben Antikkraft. Haut drauf. Haut drauf. Och Mann. Das. Es ist Schwachsinn. Ja. Ja. Hier guck mal. Flammenwurf. Uh. Selbst wenn es durchgeht. Und er tot ist. Na gut. Ich glaub nicht dass er stirbt. Ja. Sehr effektiv. Hey. Wir könnten sogar wechseln. Und er ist sogar tot. Und ich nehm alles zurück. Heftiges Pokémon. Komm gib auf. Und er hat immer noch einen. Oh. Relaxo. Hat sein Relaxo zufälligerweise Kraftkoloss. Oder Bodyslam. Ich weiß es nicht. Wir können auf jeden Fall beide nicht mehr abwehren. Es dauert bei ihm. Ich denk mal er hat Kraftkoloss. Und wenn er seinen Move jetzt durchbringt. Bin ich wahrscheinlich weg. Gegnerische Attacke. Ja. Schädelwumme. Wie der hat noch was. Willst du mich verarschen? Und jetzt kommt er rein und macht sein Move. Ich bin doch dran. Spukball. Nein. Warum kämpfen die immer mit vier Pokémon? Das ist doch verboten. Hab ich gedacht. Alles Cheater. Ich sag's euch. Ja. Freudig. Einen Kampf müssen wir trotzdem noch machen. Einer steht glaube ich noch aus. Wenn ich mich schon bei den Pokémon verzähle. Bei den Kämpfen aber nicht. Da passe ich immer genau auf. Josukeff. G. J. Josukeff. Josukeffi. Trinkt ja auch immer Käffi. Schreibt's mal in die Kommentare. Dialga. Oh. Das ist natürlich wieder. Wenn ich zuerst wechseln muss. Ist natürlich wieder nicht schlau. Wir sind besser als er. Von den WP her. Ich tippe mal drauf. Dass er trotzdem auf Dragomedeor sammelt. Denn er hat ja schon eher angefangen. Und hängt jetzt auch noch hinterher. Also würde ich abwehren. Wenn er jetzt nur Eisenschädel hatte. Würde mich das komplett stark wundern. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Kyokre. Am Start. Komm wir gehen mal auf Donner bei Kyokre. Dafür hauen wir auch unser zweites Schild raus. Wir kriegen eh die Pokémon Belohnung nicht mehr. Dann können wir jetzt auch mal Donner ausprobieren. Und schauen ob das was. Ob der abgeht. Ob das was bringt. Donner. Filet auf Fisch. Ich grille dich. Und Action. Brrrr. Weg ist er. Tja Digga. Mach keinen Ficknitsch mit Maskantje. Du weißt Bescheid. Jetzt kannst du aufgeben. Tokekiss. Hm. Soll ich euch was sagen? Hab ich doch auch. Das verstehe ich nicht. Achso doch. Jetzt wollte ich sagen. Wieso hat er 79 und nicht nur 74. Aber er hat ja 100 weniger. Er hat 3.279 und nicht 3.374. Antikkraft. Knallt auf jeden Fall rein. Können wir aber auch nochmal zurückgeben. Er hat ja trotzdem noch Schild und alles. Aber ich sehe nichts. Ich mir gerade im Auge rumgewühlt habe. Jo mach mal. Vielleicht reicht das trotzdem noch ganz fix. Ne reicht nicht. Aber. Das Fötzlchen werden wir mit dem Giratina weg machen. Wir haben auch noch volle Energie. Ah. Eisenschädel. Es ist ja auch Schwachsinn da jetzt einen Spukball drauf hätten machen zu wollen. Oder? Also versuchen wir das so. Haben jetzt noch. Was denn? Ist die Zeit um oder was? Jetzt habe ich doch verloren. Oder? Ich habe gewonnen. Hat er aufgegeben? Hä? Oder war das sein letztes Pokémon? Ich blicke gar nicht mehr durch. Auf jeden Fall noch eine Bäre. Rangbelohnung abholen. 2184. Das ist sehr schön. So muss es aussehen. 416.000 Staub jetzt insgesamt verdienen. Das waren drei Sets von der GBL in der Meisterliga. Das zweite Set war das Beste auf jeden Fall. Das jetzt nicht. Wir sind auch schon wieder bei 52 Minuten und noch eins schaffen wir nicht. Deswegen würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wie sieht es bei euch momentan aus? Schreibt mal ein paar Statistiken rein. Ihr seht 242 Siege. Bei 442 Kämpfen. Also ich habe trotzdem mehr Siege als Niederlagen. Längste Serie. Hier 14. Okay. Sternenstaub. 416.000. Das ist halt wie gesagt nichts. Viele haben da mehrere Millionen stehen. Joa. Ansonsten bin ich gerade Rang 8. Und ihr so? Mich würde trotzdem mal interessieren. Ist denn einer unter den Abonnenten, unter den Zuschauern dabei? Oder jemand, der zufällig auf das Video klickt, der gerade schon im Rang 10 rumhängt? Schreibt es mal in die Kommentare. Das war es erstmal von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.